Jetzt schon angebracht, oder? Allerdings, denn es bleibt hochsommerlich und heiß. Auch wenn wir morgen eine kleine, kurzzeitige Abkühlung bekommen. Für Wasser von oben reicht es aber nicht. Auf dem Wolkenfilm erkennt man immer noch sehr gut das Hochfalk, hier über der deutschen Bucht. Wir liegen aber jetzt an seiner Ostflanke. Und deswegen werden momentan eher recht feuchte Luftmassen zu uns geführt, die mit einer hochnebelartigen Bewölkung einhergehen. Und die wird es dann vor allem heute Nacht auch an der Nordsee geben, in Richtung Osten und im Lauenburgischen ist es nur locker bewölkt. Die Tiefstwerte liegen dabei von 12 bis 11 Grad. Morgen ziehen die Wolkenfelder von der Nordsee dann weiter in Richtung Binnenland und in Richtung Elbe. Im Tagesverlauf wird es aber immer freundlicher und es lockert immer mehr auf. Und am Nachmittag zeigt sich dann auch für längere Zeit die Sonne. An der Nordsee kommen aber nur 5 Sonnenstunden zusammen in Richtung Osten. Da schafft es die Sonne immerhin auf bis zu 7 Sonnenstunden. Die UV-Belastung im ganzen Land, im mittleren Bereich. Dazu weht der Wind erst mal noch schwach aus Nordwest bis West. Im Tagesverlauf kann er in Nordseennähe etwas auffrischen. Mehr als 4 Windstärken sind aber nicht drin. Und es wird auch etwas kühler als heute noch mit Temperaturen von 19 bis 21 Grad. Ähnlich der Wassertemperaturen von Nordsee und Ostsee bei 19 Grad. Dann zieht das Hochfalk aber weiter hoch in Richtung Dänemark. Und wir kommen auf seine wärmere und sonnigere Seite. Und das bedeutet für uns dann in den kommenden Tagen durchweg hochsommerliches und sonniges Wetter bei 24 bis 27 Grad. Also trinken, trinken, trinken. Mehr als sonst. Besser ist natürlich Wasser, denn Limo hat viel zu viel Zucker. Das stimmt. Sagst du mir das jetzt? Sagst du mir das jetzt?